Mit den schönen Blicken sag ich herzlich willkommen zurück bei The Walking Dead. Ja, wir sind stehen geblieben. Ich wusste nicht, was ich noch machen muss. Irgendwie Batterien finden oder einen Ziegelstein finden oder was auch immer. Da hab ich ja eigentlich auch wirklich alles abgesucht. Oh, was war das? Das sind Batterien. Oh Gott. Erstmal umschauen. So, jetzt haben wir Batterien. Kommen wir auf das Radio. Funktioniert? Ich habe das remote in der Office gefunden, aber ich bin ziemlich sicher, dass die Batterien nicht fit sind. Das muss eine letzte Folge sein. Verdammt. Ja, diese sind nicht gut. Ähm, warte, ich muss kurz auf die Zeit achten. Jetzt. Hey, Carly. Bist du bereit? Du bereitst, zu gehen? Du hast es. Du? Ja. Ja. Lass uns gehen. Auf zu Glenn. Warte. 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 Lucky, lucky. Warte. Warte. Okay, da sind einige. Warte. 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 Heide's. Warte. 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 Hm. Flog. Rettungsaktion hier. Da liegt einer auf dem Boden. Da ist einer. Okay. Okay, this is the plan. We don't know how hard it's gonna be to get her out of that room. Yeah, it's boarded up. So we have to kill everyone of them in here. Quietly. No one attracts these things. Now let's have a look around. Okay, yeah, 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 yeah. Do we have to talk about it? Yeah, it's dumb. What is that here? Kissing? There's a pillow over there. That's about as far as I got when it came to supply gathering. I might have an idea for it. Good luck smothering them to death. That's not really what I have in mind. That's not really what I have in mind. Okay. Wenn er uns sieht, dann sind wir am Arsch. And if there is nothing there is. So. Wow, 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 wow. Okay. Okay, hier kann man eigentlich nichts machen. Was kann man mit dem Kist machen? Würde ich mal sagen, zurücklaufen. Ganz leise. Und wir laufen mal zum Truck rüber. Schauen wir mal, ob wir da was machen können. So, jetzt sind alle da. Ah. Hm. Nee, aufbrechen nicht. Ja, krach machen, auf jeden Fall nicht. Sonst entdecken die uns. Vielleicht mit dem Kist? Get out your gun. But the noise. Just follow my lead. Stay right behind me. That was sick. Ja, nice. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Hä? What the fuck? Nach oben. Also da ist noch einer, der gerade frisst. Da ist eine Axt. Wenn man den töten kann, kann man vielleicht die Axt nehmen. Zündkerze. Da ist eigentlich auch nichts mehr. Zündkerze. Was kann man mit der Zündkerze machen? Vielleicht. Gehen wir mal zurück. Gehen wir mal wieder. Da drüber. Den kann man von hier nicht attackieren. Naja, kann man nicht. Was kann man hier denn noch machen? Hat er eine Idee? Ja, das stimmt. Das stimmt. Da hat er nicht Unrecht. Was kann man mit der Zündkerze machen? Was? Man. Wait. Let me see the spark plug. The porcelain inside these things turns car windows to tissue paper. Jetzt können wir mal einen schönen Schraubenzieher nehmen und die Köpfe einsteigen. Warte mal. Kann man das jetzt zum Rollen bringen? Na sicher... Jetzt haben wir entschieden. Tja, nice, nice, nice. Ich würde sagen, wir legen den anderen jetzt um. Warte, wir müssen erstmal hier rüber. Geil, 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 geil. Spannend. Sehr spannend. Kann ich eigentlich hier... Ja, kann ich. Klappt das? Bitte, 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 bitte. Ruhig. Nice. Puh. Fast hätte ich nicht reagiert. Dann wäre ich am Arsch. Komm mal. Ich hab was für dich. Komm. Komm. Und... Nein. Auf den Kopf. Auf den Kopf. Nice. Wow. Wow. Oh, wie der hinsticht, ey. So, den. Ausradieren. Oder nimm die Axt. Ach komm, halt. Ja, ich nehm mal die Axt. So. Jetzt auf die Fresse geben. Why don't you guys lag behind, just in case this goes to hell. Okay. We'll be right behind you. Sully. Wir machen das. Wir schaffen das. Wir kriegen die. Okay. artenreisen. W- Okay. Mach mal. Mach mal. Mach mal. Mach mal. Mach mal. Wie geil ist das denn? So. Ja. Oh, wer hat mir Angst? Wo verben wir die, ne? Stop! Just stop! I'm coming out. Okay. You're hurt. I, I said stay away. We need to get you help. It's too late for that. Guys, she's been bitten. I told you I said go away. I'm bit. But you wouldn't just leave. Let's calm down. You could be fine. I won't be fine. My boyfriend was bitten. You get sick and you die and you come back and you kill anything you can find. You have a boyfriend? Lynn. I don't want that. It's not Christian. Please. Just leave me. Please go. No. Okay. We'll leave. Just... Try to take care of yourself for whatever time you have left. You have a gun. So... Can I borrow it? What do you mean borrow? Give it to me? I can just... You know, end this. And then there's no problem. No. No. I don't want to be one of them. They're... They're... Satanic. We can't let you do that to yourself. Then do it for me! We need to get going. What the fuck? What's with the sound? It's just two seconds. Just one bullet. And I can be with my family. And it'll all be fine. Miss. Please! What? Hello. Hi. Whoa. Take it easy. We just want to help. You can't. Oh, nine. Miss. Just relax now. You need to think this through. We'll find you a doctor. It'll be okay. Let's all just... No! 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 ... No. No! 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 There they come! No! 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 I said it alright. All right? Yeah. We had some close calls, but. Glenn is fine, and. Well, yeah. Das war auch einer meiner Gründe, dass ich die Waffe nicht gegeben habe. Weil die Zombies anlocken. Ist die Bescheid, ne? Das habe ich aber noch nicht gesagt, kann das sein? Verdammt. Aber jetzt kann man es aufmachen, glaube ich, mit der Axt, oder? Nein, kann man nicht. Verdammt. Nein! Habe ich hier noch was vergessen? Können wir dann vielleicht mit der Axt... Mit der Axt... Ähm... Ähm... Den... Den... Ziegelstein... Batterie... Oh! Noch eine gefunden. Nice! Jetzt hat sie zwei, glaube ich, oder? Für die... Für die... Für die Radio... Okay... Warte mal, ich gehe mal jetzt raus mit Dank. Für... Für... Ja... Für... Ja... Ich versuche mal... Naja, kann ich nicht. Verdammt. Ah... Okay... Ja... Lauter? Ja... Hast du nicht die Fernbedienung? Ja... Ja... Hast du nicht die Fernbedienung? Ja... Habe ich... Irgendwas... Vergessen? Ja... Ich kann es nicht herausfinden. Lass mich mal auf das Ding... Gehen Sie! Okay... Machen wir zuerst ein Radio. Hat sie es auch richtig reingetan? Was ist? Ja... Austauschen. Richtig reinstecken, Mädel. Plus zu plus. So... Das jetzt... Müsste jetzt richtig sein. Machen wir jetzt kurz die... Antenne hoch... Zack... Umdrehen... Äh... Power... Power... Oh... Uh... My... My producer is telling me we have to get off the air. Steve... Oh! W-A-B wishes you and your loved one... God bless you all! Zombies! Zombies! Die sind da auch hingekommen... Hey there! Story of the century here, huh? Ja... Maybe they're all being rescued. Then again, maybe not. Okay... Dann können wir mit Duck reden... How are we doing? Good. Wanna go have a look around outside? Ne, 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 da kann ich nichts machen. Not now. Alright. Da kann ich grad nichts machen. Central High-Tech State. Paper's a week old. Feels like years. No. Oh, ich kann mit Duck reden. How are you doing, man? You know. Back to the motor, Ian. How can it be that bad so fast? You know, when things are taken away, people do crazy shit. I guess. But that's not me. I'm not giving up. Not for anything. Good, man. Good. I guess you really wanted that gun. Seems like. Why didn't you tell Carly to just give it to her? Okay, man. It would have been a waste of a bullet. What do you mean? She was dead anyway. I'm not in the euthanasia business. Whoa, man. She was a person. She's gone now anyway. Yeah. All the business. That's all. Do you know the combination for the lock on the gate outside? Why? Oh, you know. I thought I'd go stretch my leg. You're probably better off breaking it, if you have to. That sounds. Why don't you get a son from me to move? I don't know. I mean, you guys seem okay. What about your family? Yeah. I... I... Forget it, man. That's your business. I hate feeling like I can't do anything. I know the feeling, man. Try to get some rest. Huh. Yeah, right. Okay. Huh. 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 How's your finger, Clem? Good. It doesn't hurt so much anymore. Good. Good. I know I'm not your dad, but if you need anything, I'm your guy, okay? Okay. Okay. You're my guy? Oh, no. You know. We're gonna try to take care of each other. Yes. Deal. Let me know if you need anything. Okay. Okay. The pills are in there. We'll talk about Lily and... ... with Kenny and so. Let's see if they have anything. I'm gonna get back to him. Sounds good. Okay. Okay. Hehehe. 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 If you don't mind, I think my family and I are gonna rest for a bit. Let me know if that asshole over there takes a turn for the worse. You got it. Okay. We have nothing to do. Okay. Okay. Yeah. Then I would say I'll end the recording here. It was already enough for me now. And until next time. Bye. 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 Bye.